Musik Willkommen zurück Leute hier bei Let's Play Tales of Graysus F Heute geht es Onkel Cedric an den Kragen, denn es geht in den Thronsaal Und woanders könnte er sein als im Thronsaal, naja theoretisch könnte er auch genauso gut als sein Bett sein, aber Nettes Schwert It's over dear uncle, my army has the capital surrounded What? Is that really you? What a stupid thing to say I have come to avenge my father I am the rightful king of this land and you will not stand in my way Epische Musik Muss man aber wirklich zusagen, epische Musik Cedric hat fast 20.000 HP, er ist anfällig für Heap und Verbrennung Ob ich irgendwas mit Verbrennung habe, bezweifle ich jetzt, aber Er ist anfällig für Heap-Attacken, also passt das schon Ihr dürft ihn aber wirklich nicht unterschätzen Der Typ kann eine Menge aushalten Und er kann eine Menge aushalten Aber wir kriegen das schon auf die Reihe Ich denke Das hat ja gut Schaden gemacht Ich denke wir kriegen das hin Wir können einen König stürzen Auf und auf Oder auf Oder auf Oder auf Kann man gehen Oder ziemlich sieht es aus, als könnte man ja magie Ich weiß nicht, ob man das auch magie bezeichnen kann, aber Natürlich eine Alice-Bende für ihn Oh Gott Ist natürlich ein bisschen gefährlicher Aua Hilfe Leute, weiter Ich mag die Ecke nicht Ecken sind blöde Wow Aber Schaden haben wir gut gemacht Also Ich denke wir haben das zu gut jeder Tasche Sieht zumindest so aus Aber wenn ich nicht genau sagen kann, was er da noch macht Aber Ja Nein Nein, warst du nicht Ja, der erste Kampf, der über eine Minute geht Aber auch hier wieder Wir kriegen keine Trophäe für eine Minute Also Mir doch egal So nach dem Motto Wir treuen nach dem Motto Was soll No, jetzt kann es nicht sein Oh, jetzt bin ich endlich so nah Sie sagen, ein Throne wählt den König, der auf der Seite steht. Du kannst ihn nicht behaupten. Oder siehst du durch eine Träuchung. Ich bin froh, dass du das gelernt hast, bevor du stirbst. Uncle... Meine Güte, mit Blut wäre das... Schlimmer. Ich meine nur. So sieht man jetzt gar nichts und hört nur... Also das Geräusch allein, da kann man es sich wenigstens voll klassizieren. Ich bin froh. Ich bin froh. Es ist nicht. Das ist nur das Beginn. Das Beginn von einem neuen Kapitel. In der Geschichte des Windor Kingdom. Begräbnis für ihn, bitte? Ich meine, es wäre merkwürdig, wenn er König wäre und die ganze Zeit im Thronsat die Leiche liegen würde. Aber das könnte auch nur ich sein. Aber in der Theorie ist das immer wichtig. Wow, das ist doch mal ein Panzertag. Wie müde. Was ist ein Papst? Es gibt eine Kirche in diesem Spiel. Hab ich noch nie gesehen. Heute veröffentliche ich den illustrieren Thron des glücklichen Königs. Von diesem Tag weiter wird unser Land eine neue Zeit von Prospereitung. Wenigstens ist diese Zeile sich einfach zu merken. Oh Gott. Das ist so ein Gesicht aller... Ich hab's drauf. Oder so ein Gesicht aller... Ja, wart's nur ab. Keine Ahnung, sieht komisch aus. Hey, du bist zurück. So, are things gonna work out with the prisoners or what? You know, you could just ask Richard directly. Of course, he's all kingy and stuff now. So that might be kinda tough. Naja, vielleicht noch nicht. Asbel Lant, his majesty requires your presence in the throne room at once. Thank you. I'll be right there. This might be about the prisoners. I'll be back in a bit. Hooray! Auf, auf in den Thronsaal. Wenigstens... ...sind keine Gegner Männer. Was in der Theorie schade ist, weil ich ja nur mal gerne... ...mich prügele in diesem Spielen, aber gut. Fürs erstes, das sind auch gut. The punishment for those knights who sided against his majesty has been decided. In his infinite mercy... ...the king has chosen to forego their execution. Instead... ...the commanders will be stripped of their rank and titles... ...and expelled from service. Dafür mag ich wahrscheinlich schlimmer als der Tod. Asbel... ...I summoned you here for a different reason. I have reached a decision regarding the current situation in Lant. You have? Earlier we informed you that the Stratton military has occupied Lant's Crius mines. Because of this... ...our country's supply of Crius is nearly exhausted. If this continues... It will be a serious blow to our country's economy... ...and the lives of our citizens. Ja, vermutlich. Ich meine... ...das ist vermutlich mitunter sowas wie... ...straßenbeleuchtung... ...fernsehen... ...okay, haben sie nicht, aber... ...kamin... Such thoughts are deeply painful to his majesty... ...and so he has decided to take immediate action. What kind of action? We will invade Lant. What? You can't! You'll initiate an all-out war with Strada! And the people of Lant will be caught in the middle! We have sent numerous messages to the Stradans ordering their withdrawal. ...but they continue to cower behind their meaningless alliance with Archduke Cedric. We have also heard rumors that the people of Lant wish to break away and join Strada permanently. That is nothing less than high treason against his majesty and his kingdom. I cannot forgive those who turn against me. We will drive Strada and all who support her from my lands. You can't be serious! With that in mind, Aspel... His majesty has chosen you to command the invasion force. Me? This is a chance to both redeem your honor and reclaim your homeland. Be grateful, that his majesty has elected to be so generous and serve him well. Also, es tut mir leid, aber... Ich weiß nicht, was die immer unter ehrenhaft verstehen. Das ist nicht ehrenhaft, das ist... Ah, ich stelle mich mal gegen alles und jeden, den ich da kenne. Du, du, du! You asked me to fight against my own brother? And my own people? Ja, genau das. Tread carefully, Asbel Lant. I rule this country now. Would you defy your own king? Tun wir schon die ganze Zeit? Irgendwie. Richard! Your majesty! Will you at least send me to Lant as an envoy? Do you really think you can convince Strada to leave? As I remember, their commander is your brother, and the very man who drove you out in the first place. Do not expect a different outcome just because you're related. Blood breeds hate as well as love. You need look no further than my late uncle to see this. Yeah, that's him, son. You are no different. Your brother has forced you to this position, and you hate him for it. I haven't given up on repairing my relationship with my brother. Please, I beg you. Give me one chance. Fine. I will convince my brother to enter negotiations. Very well. Can't stop. If this is your wish, I will give you the chance. Thank you, your highness. However, time is short. You are to leave for Lant without delay. Yeah, that's him. I understand. Your majesty. Is this wise? He's such a kind man. It's the trait I love most in him. I must take good care of him. Hi. Das sah unnatürlich aus. Aber gut. Hooray. Edles Holz und so. Es werden immer noch Dinge hergestellt. Ich muss mal wieder den Mixer irgendwann überprüfen. So, welche Tür war das? Ich glaube, die hier. Waren wir da drin? Damn it. Kein aufpassen soll, welche Tür es ist. Egal. Die Tür. Ne? Ne? Ach, verdammt. War ich ganz am Ende? Oder war ich jetzt ganz am Anfang? Mit ich meine ich die ganze Partie. Perfekt. Was ist es? Ist es wahr, dass die Leute von Lant wollen Sie von Windor aus Wendor und joinen Strata? Na, ich hörte ein paar Leute suggerieren etwas wie das. Sheria, du musst mir hören. Unsere Lande ist um eine Wurzene. Richard ist planning zu invadieren Lant. Nein! Doch. Ich gehe zurück zu Lant. Ich muss Hubert zu entdecken. Ich gehe zurück zu Lant. Ich gehe zurück zu Lant. Ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir. Mind wenn ich mit dir tagiere? Malik! Woohoo! Ich gehe zurück. Captain Malik? Ja. Hat du nicht intercedet mit Richard, die anderen Nights und ich haben sich geschützt. Ich habe dir eine große Schuld. Und das ist eine Art zu retten. Das ist eine Art zu retten. Für mich auch! Ich weiß nicht, ich finde die Charaktere einfach klasse. Jetzt nicht nur wegen den Fähigkeiten, ich mag auch die Persönlichkeiten. Also, ja, wenn ich mal so, weiß nicht, 36 bin, dann, ne, hab ich auch mal ein Schwert. Ich denke, wir sind bereit. Was ist für Lant? Yeah! Malik hat den Titel Kriegsgefangener und Entlassener Hauptmann. Ich hätte jetzt wunderbar gesagt, wenn das nicht irgendwie für ihn eher tragisch wäre. Wunderbar! Okay, nein, also, er, ja, das, das ist schon er, ja. Gucken wir mal, haben wir irgendwo eine neue Art? Ach ja, wir hatten eine neue Art, wo war das? Das war, ja, ja, genau, hier. Mehr Heilarts, das ist immer praktisch. Und dann, Elefin, ich weiß, ich weiß nicht mal, was eine Elefin sein soll. Ich könnte mich auch wieder jetzt, ihr könnt mich jetzt so gerne für dumm erklären, aber irgendwie sagt mir das halt gar nichts. Also, was, was ist eine Elefin? Kann man das essen? Hier ist jetzt schon mal eine Ritterrüstung und von da aus gucken wir mal weiter. Meeresblau und... Matrosen, Moschus, Lebungsband, das passt schon. Ein Herzog? Wieso hast du einen Titel namens Herzog? Ach, egal. Keine Ahnung, er ist kein Herzog. Ich kenne die Geschichte, er ist kein Herzog. Er greift in der Moment. Wir haben allgemein allgemein Wendor und haben keinen Sinn von deinem Haus, deine Familie, oder sogar deine Freunde. Das ist okay. Als ich dich, Scheria und Pascal habe, bin ich glücklich. Aber... Oh, du bist so ein guter Kind, Sophie. Well, es ist wahr, dass sie niemals ihre Gefühle nicht erinnert. So, ich denke, wir können es sagen, dass sie das bedeutet. Man, wir sind die besten Freunde ever, huh? Na, wie ist es ein schnelles Herz, um zu feiern? Gut, nein. Wir können es sagen, dass sie das bedeutet. Wir können es sagen, dass sie das bedeutet. Äh, habt ihr was Neues? Also, Apfelgele, ja klar, kann ich jetzt zwei Stück kaufen, nachdem ich sie benutzt habe. Äh, Brot, Rindfleisch. Nehme ich auch einfach mal mit. Hübser da. Den Mixer da haben wir auch noch. Äh, vier. Äh. Das ist so Stufe vier, hm? Viel mehr. Mehr. Aber ich habe jetzt keine Lust, die Läden mehr zu kaufen für Sachen, die ich nicht brauche. Das ist halt so das Problem dabei. Nun ja. Dann würde ich sagen, auf zum Innen. Ja, jetzt würde ich jetzt sofort nach Strata. Entschuldigung. Falsches Versand. Nach Lantren. Auge in Auge. If you don't mind my asking, sir, what do you think of what Richard said? It's logical. If Strata withdraws, things should settle down in Windor. I just feel like I don't understand what he's thinking anymore. There's no denying that His Majesty has changed, but don't look to me for answers. I'm, I'm sorry, Captain. I guess I was out of line. You've graduated from me, Asbel. And you should know that I'm certainly no great champion for you to rely upon. But as far as I'm concerned, you'll always be the Captain. Then at least stop looking up to me. And look me eye to eye instead. Captain. Understood. Gut, dann ist es weniger Auge um Auge, sondern auf derselben Augenhöhe. Oh, passt schon. Ah, was haben wir hier so? Windows Militärgeschichte. Auf dem Rückweg von Land. Ja, das kriegen wir schon hin. Und Rittschüsse. 1200 FP. Ja, das dachte ich mir. Du brauchst zumindest keine 1200 Punkte dafür. Hm. Phantom Impuls. Das ist so... Nehmen wir mit. Bei den anderen sollte es okay sein. Also die Militärgeschichte, die kriegen wir unterwegs. Ich weiß, dass man zudem, wenn man zu viel zwischen den Mahlzeiten isst. Aber ich kann nicht anders. Ich muss eine haben. Ja. Schmatz, schlabber, schluck, miam, röhr. Oh Gott. Ah ja, genau so muss es sein. Oh mein Gott. Phantomblitz. Also ich mag den... Wie hieß es denn jetzt? Habe ich jetzt nicht gerade... Oder war das eine A-Art? Ach, das war eine A-Art. Okay. Gut. War eine A-Art. Ich labere nur noch Müll. Welche... Da war ich fest. Ja, genau. Okay. Okay, alles cool, alles cool. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Wenn wir uns aufmachen, genlandt, um bloß zu verhindern, dass ein Krieg ausbricht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.